Die Streifenwagen Hallo Babys Habt ihr einen vergnüglichen Abend? Was ist los? Das ist ein Gespenst! Lauft Kinder, lauft! Das ist das Telefon mit dem man die Streifenwagen ruft. Und hier sind auch schon die Autobabys. Los Kinder, ruft die Streifenwagen! Nur sie können uns retten! Matt, Frank, Hector! Car City braucht euch! Ein Geist sucht den Spielplatz ein! Das ist ein Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Scherz? Nein, Matt, bestimmt nicht. Das ist wirklich kein Scherz. Da war ein Gespenst. Wow, Jungs, das ist so dunkel hier. Oh nein, das Gespenst. Du hast recht, Matt. Kein Grund zur Panik. Lass uns einfach das Gespenst aufhalten. Das ist ein perfekter Plan, Matt. Hector, du fliegst über Car City und versuchst, das Gespenst zu finden. Und wenn du es entdeckt hast, dann rufst du Matt und Frank dazu. Frank, wenn Hector das Gespenst entdeckt hat, dann fährst du hinter ihm und jagst es. Matt wird euch überholen und das Gespenst am Ende der Straße stellen. Streifenwagen, macht euch bereit. Los! Da ist es, Hector. Matt, Frank, Hector hat das Gespenst entdeckt. Jetzt könnte er es verfolgen und fangen. Das ist kein Gespenst. Das ist Charlie. Matt, halt! Es ist gar kein Gespenst. Es ist Charlie. Charlie, Charlie, Bremsen, jetzt! Aber natürlich, Freunde, es ist Halloween. Charlie hat ein Kostüm getragen. Na dann, Freunde, ich denke, es ist an der Zeit, heute Abend ein bisschen Spaß zu haben und Süßigkeiten einzusammeln. Gute Nacht, Freunde, bis zum nächsten Mal! Wow! Schaut euch Jerry an, wie er diese Kurven um den See nimmt. Er übt bestimmt für das große Hennen morgen. Hey, Jerry! Es wird gleich dunkel. Machst du eine kleine Pause? Ich fasse es nicht. Jerry will die ganze Nacht für das Rennen üben. Jerry, du solltest wirklich eine Pause machen, bevor du noch einen... Unfall baust! Sieht so aus, als bräuchtest du Hilfe, um aus diesem Matsch herauszukommen, Jerry. Ich frage mich, was Matt und Frank wohl gerade treiben. Hey, Leute! Jerry braucht eure Hilfe. Er steckt im Matsch beim See fest. Ja, du hast recht. Er wollte eigentlich beim großen Rennen heute Nachmittag dabei sein, aber ich weiß nicht, ob er das schafft. Könnt ihr ihm helfen? Großartig! Er hat sich richtig festgefahren. Hört sich so an, als würden sie an der nahen Rennbahn arbeiten. Jerry wird echt froh sein, wenn er rechtzeitig fürs Rennen aus diesem Matsch rauskommt. Hast du schon eine Idee, Matt? Natürlich! Tom, der Abschleppwagen wird ihn herausziehen können. Ich glaube, er hilft auf der Rennstrecke. Schauen wir mal nach. Da ist Tom, ja! Wollen wir mal hoffen, dass Matt ihn überzeugen kann, Jerry zu helfen? Wo will Frank denn hin? Hast du Glück gehabt bei Tom? Ich glaube, Frank hat noch eine andere Idee. Natürlich! Die Rennbahn ist dicht am See. Vielleicht kann ja Charlie der Kran Jerry herausheben und hierher bringen. Großartig! Sieht so aus, als hätte Charlie Zeit zu helfen. Hey, Jerry! Matt und Frank haben Charlie den Kran dabei. Er kann dich aus dem Matsch heben. Jetzt muss Jerry aber schnellstens zur Rennstrecke. Wir haben immer noch Zeit, bevor das Rennen beginnt. Wir sollten Jerry ein bisschen sauber machen und vorbereiten. Großartig! Jetzt müssen nur noch die Reifen gewechselt werden. Ob Tom wohl jetzt Zeit hat? Oh, sieht so aus, als würde Matt sich gerade drum kümmern. Und diesmal kann Tom helfen. Die Zeit wird knapp. Das muss ein schneller Reifenwechsel werden, Tom. Und schon wieder ist Charlie der Kran der Stunde. Jetzt aber schnell die Reifen gewechselt. Großartig! Gerade noch rechtzeitig fürs Rennen. Und das Rennen hat begonnen. Sieht so aus, als könnte Jerry sogar gewinnen. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er im Matsch festgesteckt hat. So musste er eine Zwangspause einlegen. Er hat's geschafft! Er hat gewonnen! Wow, du hast es geschafft! Und nur vor ein paar Stunden hast du noch im Matsch festgesteckt. Da kannst du dich aber bei deinen ganzen Freunden bedanken. Was für eine großartige Teamleistung! Wo istrossel goodbye? Es Rak Zuweck!